In unserer Sendung Gute Frage Falsche Antwort wollen wir heute auf die Bitte unseres Zuschauers Christoph aus Babisberg eingehen, der gern wissen möchte, wie man so einen Clip macht. Und das ist ganz einfach. Aber nicht mit vollem Mund. Da lädt man einfach seine Brüder ein, setzt sich zusammen, macht einen Plan. Das ist auch immer ein Algorithmus. Und wenn man dann weiß, was man machen will, dann stellt man sich vor die Kamera und macht das. Na ja, egal wie man das nun nennt, Plan oder Algorithmus, man stellt sich gemeinsam vor die Kamera, wird abgefilmt. Und dann kommt das Material in das Studio. Entschuldigung, bin ich zu spät? Ja, ich muss noch auf eine Lieferung warten, weil ich habe mir doch eine Matratze gekauft. Ich habe mir eine neue Matratze gekauft und die wurde gerade angeliefert. Ja. Naja, jetzt bist du ja da. Ja, um da mal vorzusetzen. Ja, das Neutral kommt dann ins Studio und da ist der Kutter und der Kutter ohne Fisch. Und auch nicht Butter bei die Fischung. Kutter ohne Butter. Ja. 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 Also der Kutter, der Kutter hat das und enorme kleine Schnäpschen und die packte dann wieder zusammen. Was schön aussieht. Ja. Mehr ist nicht. Ja, genau. Mehr muss man dazu nicht sagen. Uhhh. Ja.